Beitragssatz in der gesetzlichen Rente soll zukünftig oder wird zukünftig steigen. Bundesregierung rückt von der doppelten Haltelinie ab. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben es ja gehört, die Bundesregierung will das Rentenniveau sichern und das sogenannte Generationenkapital einführen. Das soll dann im Jahr 2024 geschehen. Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2039 festgeschrieben werden. Aber gleichzeitig wird von der bisherigen Strategie der sogenannten doppelten Haltelinie abgerückt. Also wir haben bis 2025 eine doppelte Haltelinie und diese doppelte Haltelinie besteht im Grunde genommen aus zwei Linien, aus zwei Grenzen. Einmal die erste Haltelinie, das Rentenniveau. Das soll bis 2039 bei 48% gesichert bleiben. Sie können sich vorstellen, 48% vom durchschnittlichen Einkommen, das ist eine absolute Lachnummer. Wir werden hier erleben, dass viele, viele Menschen zig Hunderttausende Millionen weiter in Richtung Altersarmut stürzen werden, weil es ja die Spezifika im gesetzlichen Rentenrecht gibt, dass die Durchschnittsentgelte steigen und mit dem Steigen der Durchschnittsentgelte auch die Rentenansprüche, die Entgeltwerte da sinken werden. Das ist leider ganz frappierend im Vergleich 2023, 2024 der Fall. Aber jetzt nochmal zurück zum Beitrag und im Rahmen des Rentenpakets 2 soll dann auch noch dieses sogenannte Generationenkapital, wir sagen Aktienrente, hier eingeführt werden. Das ist quasi nur eine Verschiebung von 2023 und 2024. Im Rentenpaket 2 soll ja dann auch noch angeblich die Rentenversicherungspflicht der Selbstständigen umgesetzt werden. Da bin ich auch schon mal ganz gespannt. Aber jetzt zur zweiten Haltelinie. Die zweite Haltelinie sagt, dass der Rentenversicherungsbeitrag, die Festschreibung des Beitragssatzes bei unter 20 Prozent nicht mehr bis 2025 fortgesetzt werden soll. Oder nach 2025 fortgesetzt werden. Bis 2025 ist ja die Sache ganz klar. Und in dem Vorausberechnung der deutschen Rentenversicherung, im Rentenversicherungsbericht geht die deutsche Rentenversicherung sogar bis 2027 davon aus, dass der Beitragssatz bei 18,6 Prozent liegen soll, bleiben soll. Und danach soll es dann nach oben gehen bis zu einer Obergrenze von 20, bis zu einer Obergrenze von 22 Prozent. Also es soll sich alles irgendwo darunter bewegen. Aber meine Damen und Herren, hier ist in Deutschland sozusagen, oder die Bundesregierung rückt hier in Deutschland von der zweiten Haltlinie ab. Sie sagt schlicht und ergreifend, dass die Beitragssätze nach 2025 steigen werden. Das sind die Vorausberechnungen der deutschen Rentenversicherung, zumindest was den Blick nach 2027 wirft. Und da ist es einfach so, da weicht die Bundesregierung von der doppelten Haltlinie ab. Letzten Endes ist das das Ergebnis der Verhandlungen der Bundesregierung zur Haushaltskrise. Meine Damen und Herren, alles nur aus meiner Sicht herumgewurschte und herumgedokterte am Rentenversicherungssystem. Außerdem steigen die Beiträge, steigen natürlich auch die Abgaben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber zu zahlen haben. Damit werden wir uns deutlich vom Ziel 40 Prozent Maximalabgabenbelastung wegbewegen, sondern drüber hinausgehen. Das wird auch die Folge dessen sein. Und wir werden das Problem der Altersdemografie in der gesetzlichen Rente damit nicht lösen können, sondern Arbeit wird dann in Deutschland immer weiter teurer werden. Und das ist das Kernproblem. Wir haben einmal ein demografisches Problem und wir haben das Problem, dass wir letzten Endes zu wenig Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Hätten wir mehr Beitragszahler, bräuchten wir uns, um das Problem der Beitragssätze überhaupt keinen Kopf zu machen. Da gibt es sogar schon von seriösen Instituten, Wirtschaftsinstituten, aber auch von Sozialinstituten gute Vorausberechnungen, was passieren würde, wenn zum Beispiel Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzahlen würden. Oder wenn zum Beispiel auch noch Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen würden. Und dann würden die Beitragssätze für die Zukunft, so ist es zumindest prognostiziert, stabil bleiben, sogar sinken, meine Damen und Herren. Aber alles das sind ja aus Sicht der CDU, CSU, der SPD, der FDP und der Grünen sogenannte sozialistische Spinnereien. Und deshalb darf es ja in Deutschland leider keine erwerbstätigen Versicherungen geben. Meine Damen und Herren, schauen wir mal nach Österreich. Da gibt es eine erwerbstätige Versicherung. Das und Österreich, so gehe ich mal davon aus, ist im Grundsystem kapitalistisch aufgestellt wie Deutschland. Und deshalb funktioniert das da auch dort prima. Könnte hier in Deutschland auch prima funktionieren. Meine Damen und Herren, Beitragssätze für die gesetzliche Rente werden in der Zukunft steigen. Es wird teurer werden für uns alle und das ist die Folge dessen, dass hier politisches Versagen uns in diese ökonomische Krise gestürzt hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.